Nichts hat die Menschen so empört wie die Allmächtigkeit der Staatssicherheit und zum Schluss ihre totale Überwachung nach innen. War das nötig? Und, wissen Sie, jeder Geheimdienst auf der Welt hat etwas für sich, an sich und auch gegen sich. Im Übrigen, was die ganze totale angebliche Überwachung angeht, weiß ich überhaupt nicht, was Sie meinen damit. Überhaupt nicht. Ich habe weder einen Brief geöffnet, noch eine Karte. Und auch mein Telefon habe ich selbst abgehört. Im Übrigen kann ich Ihnen weiter gar nichts sagen. Ich kann Ihnen überhaupt nicht. Ich habe genug getan.